Die vier besten Spielerinnen als Olympia-Team haben Weg zur Siegerehrung. Der russische Kommentator nennt sie Druzhina, eine militärische Kampfeinheit. Nana war gerade zwei Monate lang in Moskau für einen Wettkampf. Bald wird sie wieder unterwegs sein. Die vierte Musik, die sie in Moskau für einen Wettkampf. Die vierte Musik, die sie in Moskau für einen Wettkampf. Die vierte Musik, die sie in Moskau für einen Wettkampf. Die zwischenmachst- und europäische Kampfeinheit ist Nana Yosseli. Nana, warum ihr nicht mit mir seid? Die vierte Musik, die vierte Musik auf! Die vierte Musik, die vierte Musik geht auf! Das war jetzt so, dass sie in der täglichen Kampfein! Die vierte Musik gleich besser nachdem man so zurecht hat! Das war die vierte Musik. Das war es. Sie haben die Schachowska-Krunner gewonnen. Das kann sich nicht für 5.000 Jahre sein. Es ist keine größte Nation.